Hallo liebe Löfkatscher da draußen, hier spricht euer Trainer Ecke Sach. Ich dachte, es ist wieder an der Zeit, einen Videoblog-Eintrag für euch zu erstellen, um euch mal so zu erzählen, was es bei mir Neues gibt. Da sind so ein paar Sachen zusammengekommen, die würde ich ganz gerne bekannt geben. Und wie es an der Grindfront so läuft, was für Tools ich entdeckt habe für mich, die mir beim Grinden gute Unterstützung geben und was so bei Intelli und Bluffkatscher so angibt. Starten wir am besten mal. Ja, die größte Neuigkeit, wo ich sehr sehr stolz bin, meine Freundin ist jetzt im sechsten Monat schwanger, wir bekommen ein Kind, alles in Ordnung, ein Junge wird es und der ist ja schon sehr sehr aktiv, tritt wo man kann und macht Spaß. Also hier ist mir garantierlich langweilig, ein bisschen schwer den Poker-Profi und den Zustand des werdenden Vaters unter einen Hut zu bekommen, da tue ich mich auch ein bisschen schwer mit. Aber es ist nicht unmöglich. Also ich muss mir meine Zeit ein bisschen besser einteilen und muss mich um Kara ein bisschen mehr kümmern, macht aber auch Spaß und ich bin halt super stolz und das läuft halt alles ganz gut. Und ja, an dieser Stelle kann ich noch ganz kurz irgendwie für Kara, wenn sie diesen Videoblog-Eintrag sieht, nochmal liebe Grüße ausrichten. Hab dich lieb! Ich bin sehr stolz, dass du das alles so packst, dass du das wegsteckst, auch wenn ich nicht immer für die Zeit habe, wenn das Grinden und der Computer da ein bisschen im Wege sind, dann hoffe ich mal, dass sich das auch legt mit der Zeit und dass wir dann auch eine nette kleine Familie dann demnächst sind. Gut. Also, soviel zum Privaten und jetzt zu dem Online- und Live-Grinden. Bei mir ist der Dezember und der Anfang des Januars ganz schlecht gelaufen. Also, ich hab irgendwie Dezember relativ viel gegrindet und versucht, den letzten Milestone noch zu bekommen. Also, nicht die letzte, sondern 400.000 VPP-Milestone. Und hab dabei Federn gelassen. Hab viel gespielt und sicherlich viel Pech gehabt, aber auch viele Tische gespielt. Und das hat meinem Spiel überhaupt nicht gut getan. Ähm, da war ich auch ziemlich genervt. Und, ähm, im Januar ging das weiter. Irgendwie vieles Downswing. Irgendwie so, keine Ahnung, paar Tausend unter e.V. Und, ähm, da hab ich jetzt sehr sehr lange dran getüftelt, überlegt, irgendwie, was kann ich jetzt machen? Irgendwie, wie kann ich jetzt mich wieder reorganisieren? Wie kann ich jetzt diesen Downswing mal irgendwie abschütteln? Und, ähm, ja, ich hoffe mal, dass das einigermaßen sichtbar wird, im Videoblog-Eintrag von der Auflösung her. Ich hab mich dazu entschlossen, für mich selber so einen Wochenzielplan zu erstellen. Also, meine Freunde finde das gar nicht gut, dass ich irgendwie ständig irgendwie neue Pläne schmiede und sie dann irgendwie nach ein paar Wochen über den Haufen werfe. Aber bei dem würde ich das mal wirklich durchziehen. Ähm, die Idee ist wie folgt, ähm, so ein Excel-Sheet, äh, mit, ähm, ein paar Komponenten. Einmal einen Plan, äh, einen Volumenplan, was ich spielen möchte. Und hab hier, äh, Nullbetonen 6-Max eingetragen, PLO 6-Max, äh, eine Session STT, und eine Session Live-Crime. Und, äh, die Sessions hab ich, die Online-Session, glaube ich, zwei Stunden festgelegt, und die Live-Session auf, ja, keine Ahnung, bis jetzt bis sieben Stunden. Ähm, wie man halt irgendwie so, äh, seine Live-Cash-Game-Session-Casino gestaltet. Und, ähm, die Trainings-Komponenten, Poker-Video dauert halt so lange wie ein Poker-Video, äh, dauert. Äh, aber im Forum hab ich auf eine halbe Stunde festgelegt. Und Arbeitsgruppe PLO, wenn es eine Session gibt, in der Woche, das war ein bisschen schwer, die alle unter einen Hut zu bekommen, dann dauern die schon relativ lang. Also so zwei bis drei Stunden. Ja, Coaching Intelli, äh, da dauern die Intelli-Live-Trainings auch so lange, wie sie halt dauern. Äh, Coaching möchte ich versuchen, zwei pro Woche abzuhalten. Ich hab momentan, ähm, drei Schüler, die Alex nicht jede Woche einmal, äh, eine Stunde nehmen. Äh, also es sind auch Kontingente frei. Ähm, wer möchte, wer den Coach werden möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Und ja, Videos produzieren, Foren-Arbeit für, äh, Bluff-Catcher, hab ich auch eingetragen. Und es ist halt so, dass am Sonntag, äh, vor der kommenden Woche, äh, vor der nächsten Woche, äh, stelle ich mir diesen Plan und, äh, dann grinde ich halt durch, versuche halt diese einzelnen Komponenten immer dann abzuarbeiten, wenn es gerade passt. Also wenn ich mal eine halbe Stunde Zeit hab, dann mach ich ein bisschen Arbeit im Forum, äh, wenn ich mal ein bisschen, wenn ich mal viel Zeit hab, dann mach ich eine, äh, Online-Session. Wenn ich mal ganzen Abend Zeit hab, dann geh ich ins Casino, und so weiter und so fort. Und die Intelli-Trainings sind ja Fix-Termine, und Witz und Forum, äh, für Bluff-Catcher kann ich halt auch, äh, sehr flexibel gehen. Und dann mach ich mir ein Fazit, ähm, Ende der Woche, denn, also was ich abgearbeitet habe, was ich nicht abgearbeitet habe, äh, wie die Resultate sind, ähm, wie, äh, das Grind mir gefallen hat, irgendwie welche, äh, welche Variante, ähm, besonders fischig war, wo ich besonders gutes Gefühl hatte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sag, okay, die Live-Session war super fischig, war, äh, hab ich, äh, hab ich A-Game Plus gespielt, und hab die Kohle gemacht, dann werd dann halt, äh, äh, den Plan so adjusten, dass ich dann halt, für die kommende Woche darauf, äh, zwei Session halt planen, und vielleicht Abstriche mache bei irgendetwas, wo es halt nicht läuft, oder, wie ich jetzt zum Beispiel so, relativ viele Poker-Videos angeschaut habe, und, äh, der Meinung bin, okay, das, das reicht jetzt an Input, ähm, das muss ich erstmal verarbeiten, und versuche, umzusetzen an die Tische, äh, an die Tische, dann reduziere ich das halt. Also, ein iteratives System, wo ich, ähm, mir einen Wochenplan, äh, mit Volumenzieren, für eine Woche festlege, nach der Woche sehe ich irgendwie, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, und wie sollte ich dann für die darauf folgende Woche meinen Plan erstellen. So, dass ich halt flexibel bin, ähm, mein Volumen erzeuge, aber auch nicht Gefahr laufe, irgendwie übermäßig zu viel zu spielen, denn das war so bei mir als Workaholic das Problem irgendwie, dass ich immer spiele, 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 und irgendwann leitet halt irgendwie die Beziehung runter, und Kara sagt dann, nee, ich brauche mehr Kuschel-Einheiten, oder ich will das und das, dass du mir, das und das, was du mit mir machst, und ich sage halt immer, nee, ich muss noch beleiten, ich muss noch beleiten, und, äh, dann kriegen wir uns in die Wolle, und das wollen wir nicht, das will ich nicht, das ist sicherlich immer die Kürzeren, das ist nicht gut, also, habe ich mir gedacht, ähm, mache ich so einen festen Plan mit Wochenzielen, äh, den drücke ich aus, und, wenn ich den abgehakt habe, oder wenn ich irgendetwas abgehakt habe, jetzt zum Beispiel, äh, ist, äh, quasi Donnerstagabend, ist ein Freitagmorgen, äh, ich habe mir schon vier Pokervideos angeschaut, eins wusste ich noch, und dann, ähm, reicht das zum Beispiel. Und, äh, genauso, mir fehlen noch fünf Online-Sessions, die ich dann auch eher so aufs Wochenende lege, weil da die Tische eigentlich immer, äh, äh, fischiger sind, und, äh, das macht halt mehr Sinn, am Wochenende zu spielen, und in der Woche vielleicht eher sowas wie, äh, privates Coaching zu legen, Videos anzuschauen, und, äh, im Forum zum Beispiel zu arbeiten. Gut, ähm, und das kann man natürlich auch, äh, wesentlich professioneller aufbauen, irgendwie so, ich bin jetzt der, äh, absolute Excel, äh, Anti-Experte, also, ich war zufrieden, dass ich das einigermaßen bekommen habe, das kann man sich noch farblich, ähm, besser gestalten, und die Kästchen ein bisschen netter, und mit einer Legende, und, äh, mit einem Fazit, noch Unterteilung, aber, äh, für mich reizt es erstmal so. Und, ja, vielleicht ist es ja auch eine Geschichte, die, äh, einige von euch als Vorbild nehmen wollen, und sagen, so, äh, Mensch, das ist, äh, vielleicht eine Idee, wie ich meine, meine begrenzte Zeit fürs Pokern und besser strukturieren kann, besser optimieren kann. Ich habe mich einem Privatschüler vorgeschlagen, dass er das ähnlich auch so macht, weil er nebenbei beruflich ist, äh, und, also beruflich zu tun hat, und halt bloß 15, 20 Stunden die Woche, ähm, Zeit hat fürs Pokern. Und wer Pokern halt irgendwie neben dem Job, äh, durchziehen will, der muss halt ein sehr, sehr effektives und effizientes Zeitmanagement haben. Denk ich zumindest. Also, ähm, versuchst du einfach mal so einen Wochenplan in Tat umzusetzen. So, was gibt es sonst Neues? Ja, beim Grinden, ich habe zwei Tools, beziehungsweise ein, ein richtiges Tool und ein Mini-Tool, äh, für mich entdeckt, was mir ganz wertvoller Dienstleister leistet. Auch für alle, die es noch nicht kennen, also ich bin wahrscheinlich einer der letzten, der das irgendwie tatsächlich benutzt, irgendwie, den TableScan Turbo, ist ein, äh, ja, wie der Name schon sagt, TableScanner-Programm, der, ähm, zusammen mit meiner Datenbank funktioniert, und die, äh, Tische einer bestimmten, äh, bestimmten Limits, ähm, in der PokerStars-Lobby durchscrollt, und dann, äh, ja, quasi nach Fischen, äh, filtert. Sehr, sehr cooles Programm. Kann man vieles einstellen, man kann's, man kann's, man kann den Prozess der TableSelection, der FishSelection automatisieren. Kann's ja mal zeigen. Ich starte jetzt in Scan. Ich hoffe, dass, das jetzt keinen Vorführeffekt gibt. So, ist eigentlich alles eingestellt. So, jetzt scrollt er die Tische durch, und, sollte mir hier unten dann alle Fische anzeigen. Und, ähm, man kann's einstellen, ich bin da mit dieser Auto-Waiting-List-Funktion noch ein bisschen auf Kriegsfuß. Das klappt noch nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Kann's sicherlich einstellen, ich bin da noch ein bisschen zu paddelig für, dass er dann auch automatisch die, ähm, also mich auf die Waiting-List packt, äh, an alle Tische, wo diese Fische dran sitzen. Und was ich bisher immer mache, ist, dass ich mir halt irgendwie diese Fische raussuche, irgendwie nach Vpip-Filter, und dann markiere ich alle, und dann kann ich irgendwie auf, äh, die Warteliste gehen, und der packt mich halt automatisch jetzt hier drauf, und ich stell mit TableNinja ein, wie wir das ich haben möchte, und, ähm, dann poppt er mir die automatisch auf, und ich kann halt entscheiden, ok, da hab ich jetzt Position auf dem Fisch, da geh ich ran, oder da ist gerade der Fisch selber gebastelt, da geh ich nicht ran. Also, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der das Programm für sich entdeckt hat, aber es ist halt irgendwie supercool, es ist wesentlich schneller als der TableScan auf dem HolderManager, und, ähm, wesentlich effizienter, weil ich, ähm, entweder diese Automatinglist-Funktion benutzen kann, oder, ähm, ja, so wie ich es mache, halt irgendwie alle Spieler gleich, äh, also alle Spieler markieren hier unten, die ich in der Fischliste hab, und dann automatisch dann auf die Warteliste gepackt werden. So, das, und dann hab ich mal so ein Mini-Programm zugelegt, äh, um sämtliche Sachen zeitlich zu terminieren, und zwar, jetzt poppen die ganzen Tische auf, oh, das darfst mal zu, und zwar so ein, äh, ein Countdown-Programm, das ist Freeware, ich guck grad nach, wie das Ding heißt, das heißt, glaub ich, Free Countdown-Timer, genau, Free Countdown-Timer, und da kann ich einfach Countdown einstellen für eine Poker-Session, für Arbeit im Forum, für alles mögliche. Und, ähm, einfügen, das macht das so stundenweise, ich kann hier aber auch irgendwie, den Silvester-Countdown kann ich auch mit reinpacken, oder, Countdown, was weiß ich, zum Stichtag der Geburt, äh, das wird vielleicht mal eine nette Idee, ähm, oder, keine Ahnung, wenn ein wichtiger Geburtstag ist, irgendwie, oder irgendein Ereignis, worauf man hinfiebern will, dann kann man sich den Countdown da zurecht basteln, und, äh, irgendwie, so, aber, kann man auch verschiedene Töne dann nehmen, und ich hab mir halt irgendwie so eine Flöten, so eine japanische Flötenmusik dann geben, und mich dann sehr sanft daran erinnert, dass ich doch, äh, meine Grind, äh, Session beenden sollte. Und das ist, äh, ja, sehr kleines, aber sehr nützliches Programm. Früher hab ich mir immer so eine Eieruhr irgendwie gestellt, für eine Session, irgendwie, aber die konnte halt nicht länger als, äh, 90 Minuten anzeigen, das war ein bisschen nervig, und hier kann ich das halt frei wählen. Also, Table Scanner Turbo und dieser Free Countdown Timer, zwei kleine nette Gimmicks, die mir das Grinden etwas, äh, ja, erleichtern. So, was hab ich noch auf meiner Agenda? Muss ich mal gucken, äh, ja. Dazu hab ich was erzählt. Intelli, genau. Wir machen im Februar eine ganz coole Intelli, ähm, Challenge, und zwar 6-Max vs. Full Ring, Flix, ähm, und ich hatte letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, glaub ich, so eine Session, wo wir so fix, äh, 6-Max vs. Full Ring, äh, ähm, gegeneinander angetreten sind, und irgendwie so 100.000 Hände, wer die besseren Winnings hatte, irgendwie hat gewonnen, und, äh, das, äh, war eine ganz coole Sache, und jetzt haben wir uns überlegt, ähm, um die User ein bisschen zu animieren, äh, ein bisschen Pep reinzubringen in den Laden, eine nette Promo, ähm, ins Start zu rufen, äh, ins Leben zu rufen, hatten wir die Idee, wir bilden jeweils Teams, ein Full Ring Team, ein Team, ein 6-Max Team, und, ähm, und, ähm, lassen, also jeweils so ungefähr 20 Spieler grinden, die schicken uns dann nach einer Woche dann immer die Hand-Destries zu, und diese Hand-Destries merchen wir in eine Datenbank, äh, und unter einem Spieler-Alias, und, äh, sehen dann halt, wie unsere Teams performen, und, äh, sollen wir dann halt irgendwie ein Resultat grafen, der, äh, Winnings oder der Losses, äh, äh, von allen Spielern, in einem Spieler-Alias zusammen, und, ähm, so können wir halt immer ganz gut, äh, protokollieren, wo welches Team steht, und auch Hand-Analysen, äh, wir haben extra Trainings beim, äh, im, äh, im, äh, im, äh, Live-Trainingskalender, und, äh, wir richten eine Skype-Arbeitsgruppe ein für die Zeit, und, äh, die Spieler sind im Forum schon, zumindest teilweise, äh, äh, heiß drauf, endlos, auszulegen, und, äh, für das Team zu bereiten. Also da bin ich wirklich gespannt, äh, wie es abläuft. Wenn ihr mitmachen wollt, ich glaub Stichtag, haben wir gesagt, ist, äh, erster oder zweiter Februar, ähm, müsst ihr einfach im, äh, Teleforum, in den, äh, Bereich User-Blogs gehen, und da die, äh, die, äh, äh, offiziellen, äh, Challenge-Blog aufrufen, und euch da eintragen, bitte, bitte, nehm mich auf die Liste auf, nehm mich, äh, ins Team auf, und, ähm, dann, werden Flix und ich das dann auch relativ schnell zeitnah machen, und dann kann's losgehen. Also, ähm, super coole Promo, weil die User wirklich eingebunden werden, die User sind die Hauptakteure, Flix und ich spielen nicht selber, wir betreuen, ähm, ähm, wir analysieren halt, wir geben Ratschläge, wir geben Tipps, zum Bankroll-Management, und, äh, wenn's mal nicht gut läuft, irgendwie, was man da machen sollte, äh, aber selber spielen wir halt nicht. Ja, mal gucken, was passiert. Bei Bluffcatcher, ähm, ja, da läuft's eigentlich, ähm, wie gewohnt, also wir haben jetzt irgendwie eine neue, ähm, Videoserie gestartet, Cross-Coaching, und, äh, Flix und ich, äh, haben zusammen ein Video aufgenommen, zwei Teiler, äh, wo, äh, er eine Session, die ich gespielt habe, auf 6-Max, äh, kommentiert, und irgendwie analysiert, ähm, ganz cooles Format, also, im Prinzip ein, äh, äh, Spezialist in unseren Coaching, äh, Coaches-Reihen, der, ähm, guckt sich eine Session eines, ja, ja, Nicht-Spezialisten an, die er gespielt hat, also, zum Beispiel jetzt, äh, äh, wenn zum Beispiel die Boris irgendwie von mir eine Session anguckt, wie ich Fix-Limits spiele, oder, ähm, wenn, äh, Bela irgendwie, äh, PLO spielt, äh, gucke ich mir das an, und das ist alles auf so kleinere Limits, damit's halt nicht ganz so weh tut, aber, ähm, hat einen ganz coolen Lerneffekt, um zu sehen, irgendwie, äh, äh, gute Spieler, äh, also, in ihrer Leib- und Magen-Variante, auf eher ungebotem, äh, Gebiet performen, und wie die Gedankengänge sind, oder, also, wie schnell sie irgendwie adjusten können an, an eine andere Variante, also, vielleicht für User ganz interessant zu sehen, die mit dem Gedankenspiel irgendwie zu wechseln, ähm, die von Wixle-Mits zu Paddle-Mit-Oma wechseln wollen, die von SETs zu Cash-Camp wechseln wollen, die von Földing zu Six-Max wechseln wollen, ähm, wie ein Coach das Ganze dann halt, äh, angreift, ähm, und da planen wir halt wirklich viele, viele, ähm, Teile dann, äh, draus zu machen, ist ja auch, äh, kann man ja, äh, bei sehr vielen Coaches und sehr vielen verschiedenen Varianten ganz gut hinbekommen. Ansonsten, ja, aus dem Privaten, ähm, ich hab, wie gesagt, momentan nicht gerade große Langeweile, äh, mein Wochenplan-Poker sieht irgendwie 45 Arbeitsstunden vor, ähm, nebenbei natürlich auch, äh, äh, die Betreuer meiner Freundin, und, äh, dann, äh, haben wir jetzt, äh, uns ein sogenanntes Sakko-Card besorgt, ein, äh, eine Art Kutsche für unseren Schäferhund-Fiete, der wird bald eingespannt werden, vor so einem, das sieht im Prinzip aus wie so ein, äh, äh, so ein vierredriges Gefährt mit so einer Zugstange vorne, da wird der Hund eingespannt und dann geht's ab, und, äh, das ist gerade für unseren Schäferhund irgendwie ein richtiges Power-Paket ist, eine ganz coole Sache, nicht ganz günstig, so ein Sakko-Card, aber, ähm, ich hoffe, dass wir das sehr gut nutzen, äh, sehr intensiv nutzen werden, und wenn das Ganze mal irgendwie läuft, und, äh, wir uns da nicht zu paddelig anstellen, dann werde ich auch mal ein paar Fotos machen, vielleicht kleines Video, und das dann reinstellen. Ähm, ja, ansonst, äh, schachlich, hab ich jetzt wieder Fuß gefasst, irgendwie, wir spielen in der Oberliga, und haben diverse, ähm, regionale, überregionale Turniere, in nächster Zeit irgendwie, die wir spielen, und, äh, ähm, das macht mir ganz gut Spaß. Also, ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass Schach kein besonders guter Ausgleichssport ist zum Pokern, ähm, aber merkwürdigerweise macht's mir halt irgendwie trotzdem Spaß, also, obwohl ich beim Pokern relativ viel Gehirnarbeit leisten muss, und, äh, den Content büffel, ähm, beim Schach ist halt nichts anderes, aber Schach ist halt irgendwie, ähm, das genaue Gegenteil vom Pokern, weil beim Schach ist ein Spiel der, ähm, der vollständigen Formation, und da ist es wirklich so, dass die, ähm, dass die Spielstärke, ähm, 1 zu 1 übergesetzt wird. Das heißt also, das Ergebnis einer Schachpartie, ähm, hängt direkt mit meiner Spielstärke, mit meinem Spielverständnis zusammen, und das ist beim Pokern ja nicht der Fall. Da kann man mal irgendwie, wo man ein A-Plus-Game gespielt hat, irgendwie voll auf den Sack bekommen. Ähm, das nervt man immer, und dafür ist Schach eigentlich ein ganz guter Ausgleich. Also, wo man wirklich etwas hat, wo man, ähm, wirklich belohnt wird, ähm, in einer Schachpartie, äh, dafür, dass man halt viele Gründe zugemacht hat, und dass man einfach, ähm, äh, besser ist als der Gegner, und, äh, ähm, dass der Gegner halt bei dem Spiel keine Varianz zur Verfügung hat, um sich da irgendwie rauszuschlingeln. Gut, ja, so viel, ähm, zu meinem kleinen, äh, ja, Rückblick, oder meinem kleinen, äh, Infoblog. Ähm, wenn noch irgendwas, ähm, unklar ist, wenn ihr gerne noch irgendwas wissen wollt, ähm, aus, ja, ja, irgendwie mein Privatleben, äh, aber vielleicht irgendwie etwas über den Hundesport, den meine Freunde und ich machen, oder, ähm, über, äh, das Schachspielen, oder über, ähm, ja, meinen persönlichen Grindplan, ähm, wenn ihr den Wochenplan als Download haben wollt, ähm, ähm, also ich denke mal, dass irgendwie das jeder von euch irgendwie das hinbekommt, den sich selber zu basteln und wahrscheinlich auch viel hübscher, aber wenn ihr das trotzdem haben wollt als Vorlage, dann kann ich ihn euch gerne an jedem Forum zur Verfügung stellen. Ansonsten, ähm, wünsche ich euch noch viel Spaß bei Bloodcatcher und, äh, ja, besorgt euch ein Premium-Account, wenn ihr ihn noch nicht habt, äh, werden ein paar nette neue Videos reinkommen in nächster Zeit, und, ja, seid aktiv im Forum, das, äh, das schätzen ja viele Leute, ich möchte das Forum als, ähm, gute Möglichkeit an Spielstärke dazu zu gewinnen, indem man über Helle diskutiert, indem man ein paar Poker-Buddies irgendwie findet, Arbeitsgruppe irgendwie, äh, aufstellt, ähm, oder generell irgendwie ein paar Tipps und Tricks austauscht. Also so ein Forum kostet halt nix und, äh, ähm, kann euch wirklich weiterhelfen. Ähm, also soviel zu mir und, ähm, meinem Leben, äh, am Pokertisch und fernab der Pokertische. Ähm, macht's gut. Das war ja gesagt für www.bluffcatcher.de. Und, ähm, macht's gut. Und, ähm, macht's gut. Und, ähm, macht's gut. Und, ähm, macht's gut. Vielen Dank.